Eine neue Handelsoption ist verfügbar. Dann bauen wir mal dich hier aus und dich hier aus. Und am besten hier noch ein Hauptlager. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und dich bauen wir mal maximal aus. So, jetzt kriegen wir langsam auch Eisenbarren. Und ja, ich könnte mich halt wirklich entscheiden. Dann greife ich sie an. Dann müsste ich mich eh zu jedem durchschlagen. Vor allem der Turnierplatz ist ziemlich gut gesichert. Aber auch die Stallungen, die sind stark gesichert. Da sie weder Macht noch Mut hat, es auch entgegenzutreten, schickt sie ihre Verbündung vor. Ihr werdet den Ringmeister Marius, die Stammmeisterin Repolter und den Rektor Magnificus Callitus besiegen müssen. Bevor die wir Prinzessin beseitig schieben und euch zum Herrn der ewigen Stadt erklären können, hatten wir zumal. Ja, als Pferdezüchter müssen wir uns beweisen. Ja, als Pferdezüchter müssen wir uns beweisen. So, wird hier jetzt fleißig gebaut. Ja, sehr schön. Das kann ich ausbauen. Und ja, ich hätte genug Stein, um die beiden hier auch mal auszubauen. Sicher ist sicher. So, Kaserne ist errichtet. Das heißt, um die Kaserne. Kann ich jetzt erstmal... Ein bisschen Wasser richten. Bäume und Händlergilde freischalten. So, die Händlergilde gleich mal ausbauen. Und noch ein paar mehr Rausierer ausbilden. Kleider sollte dafür ja einigermaßen genug da sein. Händlergilde freisch gardener. Und noch ein paar Haare, die Händlergilde freisch bin. Ich bin einigermaßen genie übel. Und die Händlergilde freisch? Und die Händlerginde? So, was man das? So, was man das? Und das ist das? So, was man das? Und das war so, was man das? So, dich auch gleich noch ausbauen Ja, die beiden nicht zu kriegen war doof Also auf jeden Fall die Ballistik nicht zu kriegen Doch das Kämpfen Etwas schwieriger Aber auch nicht unbedingt unmöglich Gebäudeausbau fertiggestellt Euer Gebäude wurde ausgebaut Und ja, wir haben zum Glück direkt in Zugriff zu einem Hafen Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut Okay, Wohnhaus ist ausgebaut Nebenbei Wohnhaus, können wir das hier auch gleich Und ja, wir werden schon dabei sind Hier Radmacherei errichten Die dann auf Einfache Nahrung stellen Und bei Bedarf arbeiten lassen Beudeausbau fertiggestellt Der Ritter Oh, hier ist ein Ritterort sogar Das ist praktisch Und hier ist eine Kanonengießerei Ah, Militärlagert Ihr Gebäude wurde ausgebaut Und sicherlich müssen wir auch hier in den Sektoren irgendwas machen können dann Also ja Machen wir weitere Landnahme Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut Gut Gut Da nehmen wir das nächste Terminatorium ein. Da hier ja nicht die Hauptstraße ist, kann ich das ruhig machen. Und ja, eigentlich brauche ich auch keinen Prestige mehr, nur bei Bedarf, mit ein paar Verpflegung. So, hier zur Sicherheit noch zwei Weizenfarmen und Klager an der Hauptstraße. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Verumdungsmittel. Ah, nehmen wir bei das Gold. Okay, unsere Bauarbeiter hat ein Stück zu laufen. Ja, eure Ami muss ich besiegen. Hier muss ich geistliche Stellen. Befestigungsausbau beendet. So, hier einen Jäger. Und hier einen Jäger. Und die Befestigung ausbauen. Da kommt unser Bauarbeiter. So, jetzt können wir theoretisch hier freiräumen und noch eine Schweinezucht errichten. So, den Bauernhof gleich mal einfach in Verpflegung andrehen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wie sieht es eigentlich hier aus? Goldschmiede arbeitet langsam wieder. Sehr gut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja, die beiden Zonen sind eigentlich wirklich nur für die beiden Spezialgebäude interessant. Hier könnte ich halt noch einen Holzfäller und einen Förster errichten. Nach Bedarf, bitte. Ich werde es noch nicht geben. Und ja, gehen wir mal ein bisschen höher in unserem Tun. Produzieren noch mehr Eisen. Sehr gut, eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. So, nächstes Geld für Walzen. Hervorragend. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Drei, zwei brauchen wir für das nächste. Und ja, jetzt mache ich hier erstmal einen Cut wieder. Also speichere ich. Sag dir ja, es wird ne kurze Aufnahme-Session. Also, bis gleich.